WDR 5 Stadtgespräch mit Judith Schulte-Loh Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Stadtgespräch. 750.000 Hunde gibt es in Nordrhein-Westfalen und jedes Jahr werden es mehr. Hier in Paderborn wird es nicht anders sein als in anderen Städten Nordrhein-Westfalens. Für den einen ist der Hund der beste Freund, treuster Gefährter, sogar Familienmitglied. Für die anderen nur ein kläffender Köter, der nichts lieber tut, als Jogger, Radfahrer oder auch über Postboten herzufallen. Bester Freund oder Plagegeist, das fragen wir heute im Stadtgespräch aus dem Rathaus in Paderborn über das verbissene Verhältnis Hundefreund und Hundefeind. Mit Ihnen diskutieren auf dem Podium Heinz Paus, Bürgermeister von Paderborn. Bianca Hemingway, Hundebesitzerin und Kämpferin für Hundefreilaufflächen. Hubert Schäfers, Forstwirt und Jäger und Simone Sonbecki, Moderatorin der WDR-Reihe Tiere suchen ein Zuhause. Herzlich willkommen Ihnen allen. Und Moderatorin im Publikum ist meine Kollegin Elke Fietz. Auch ich sage Hallo hier aus den Reihen des Publikums. Wir sind im Paderborner Rathaus und hier in Paderborn wird über Konflikte gesprochen. Es gibt Konflikte und sie sind an vielen Orten nicht zu übersehen. Denn für Paderborn bedeutet das, dass bei viereinhalb bis 5.000 Hunden in der Stadt 15.000 Kothaufen am Tag auf den Straßen landen. Ein Thema, das manche Menschen nervt. Wir haben Prospekte, wir haben Informationen bekommen. Eine Frau hat sich an uns gewandt und hat gesagt, Mensch, da müsste man mal was machen. Aus welchem Grund sind Sie heute hier? Ich interessiere mich für das Thema, bin selbst Hundebesitzerin, nehme meinen Hund mit zur Schule als Therapiehund und bin gespannt, wie das Stimmungsbild hier in Paderborn so ist. Gab es für Sie denn schon mal Konflikte mit dem Hund? Konflikte direkt nicht. Ich habe natürlich sehr häufig Kontakt zu Hundebesitzern. Ich bin selber auch Hundebesitzer. Für meine Begriffe ist es immer eine Sache, wie man die Menschen anspricht und wie man auf seine Bedürfnisse hinweist. Denn wie man in den Wald reinruft, so schaltet es auch wieder raus. Mag jemand aus den Reihen erzählen, ob es mal eine unangenehme Situation mit einem Vierbeiner gab oder auch dem Herrchen dazu? Also ich habe über einige Jahre einen großen Rüden gehabt, der mit anderen Rüden nicht verträglich war. Der ist natürlich angeleint geblieben und ich habe es leider immer wieder erleben müssen, dass Menschen mit Hund, die mir entgegenkamen, die ihren Hund laufen ließen, trotz meiner Bitte, ihren Hund anzuleihen, dem leider nicht nachgekommen sind oder nicht nachkommen konnten. Und ich mir dadurch regelmäßig Ärger eingefangen habe, weil die meinem Hund vor die Füße liefen und es dann natürlich schon zu der einen oder anderen Auseinandersetzung kam. Sie sind eine mutige Frau. Sie haben nämlich heute Ihren Hund mitgebracht. Was ist der Hund für Sie? Ich lebe seit über 30 Jahren mit eigenen Hunden und sie gehören einfach zu meinem Lebensalltag dazu. Also sie schlafen bei mir nicht im Bett. Sie begleiten mich nur teilweise zur Arbeit. Ich denke, sie wissen, wo sie hingehören, aber sie sind einfach ein Teil von meinem Leben. Sie bieten mir Plattformen für das Kennenlernen anderer Leute. Meine sozialen Kontakte hängen da zum Teil dran, aber auch einfach ist es immer ganz nett, wenn abends noch einer vor dem Sofa liegt. Gestern zum Beispiel, ich stehe mit meinem Hund da, er schietert, ich habe die Tüte sichtbar in meiner Hand, kommt einer an mir vorbeigefahren, ja und scheiße, also auf diesen Ton, scheiß dahin. Ja, ich meine, mehr als die Tüte in der Hand und leichter reingreifen kann ich nicht. Also Konflikte, wenn ich das richtig sehe, gibt es nicht nur zwischen Hundehaltern und Joggern und Radfahrern, wie ich eingangs gesagt habe, sondern auch bei Hundehaltern untereinander. Herr Paus, Sie hatten selber auch viele Jahre eine Hündin, elf Jahre, wenn ich da richtig informiert bin. Haben Sie Verständnis für diejenigen, die beim Anblick eines freilaufenden Hundes schon mal zusammenzucken? Ja, ich habe da großes Verständnis für. Ich war als Student immer wieder mal in den Ferien Briefträger und da hat man natürlich so seine Erfahrungen. Dann haben wir auch mit unserem Hund erlebt, dass man eben nicht hundertprozentig immer weiß, wie der Hund reagiert. Und weil das so ist, denke ich, muss man als Hundehalter mit großer Verantwortung agieren. Und man muss schauen, dass man eben nicht in Konfliktsituationen kommt und dann auch außerhalb der Stadt vorwitzelber, wenn sich Konfliktsituationen abzeichnen, den Hund anleihen. Frau Sambecki, Sie moderieren nicht nur Tiere suchen ein Zuhause, Sie haben auch welche Zuhause? Zwei. Eine ältere Hundedame aus Spanien, einen blinden Rüden aus Italien. Beide sind für Sie Familienmitglieder und Sie sagen, der Hund ist immer unschuldig. Natürlich, ja. Ja, aber wenn man Pech hat, dann beißt der Hund und nicht das Härchen oder das Frauchen. Ja, aber es ist ja der Halter, der am anderen Ende der Leine oft leider hängt, muss ich sagen, aber der natürlich auch das vorher sehen sollte und vorher agieren sollte. Und ich habe ein Lebensmotto, das verinnerliche ich mir immer wieder und da lebe ich auch ganz gut mit und das ist, niemand liebt meine Hunde so wie ich. Und ich glaube, wenn das jeder Hundehalter auch wirklich verinnerlichen würde, dann würde es weniger Konflikte geben. Frau Hemingway, auch Sie sind Hundehalterin. Richtig. Haben fünf Kinder, zwei Dalmatiner. Ja. Und Hunde und Kinder zusammen, war das nie ein Problem? Bei uns war das nie ein Problem. Unsere Kinder sind von klein auf an mit Hunden groß geworden, im Säuglingsalter schon. Die Kinder wissen genau, der Hund hat seinen festen Platz, dort ist der Hund. Wenn er da liegt, dürfen die Kinder nicht an den Hund ran. Somit hat der Hund immer seine Rückzugsmöglichkeit, weiß, da ist mein Ruhepol. Wenn Sie mit dem Dalmatiner spazieren gehen, merken Sie schon mal, dass es Menschen gibt, die da einen größeren Bogen drum machen? Es sind große Hunde, ganz klar. Und da ist auch oft dann die Angst der Leute. Haben Sie Verständnis für ängstliche Menschen? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie sehen, da sind Leute, die haben Angst vor meinen Hunden? Wenn wir spazieren gehen, ist es grundsätzlich so, wenn uns Leute entgegenkommen, wird der Hund angeleint. Man hat manchmal das Glück, dass Leute sagen, es ist schon in Ordnung, können sie ruhig freimachen, ich habe keine Angst. Aber in der Regel ist es so, die Hunde kommen an die Leine und wir gehen mit den angeleinten Hunden an den Leuten vorbei. Definitiv, Sie sagen nicht, der tut ja nichts. Nein. Das ist ein Satz, mit dem man, Herr Schäfers, wirklich wenig anfangen kann. Sie als ja nicht nur Forstwirt, sondern auch Jäger, Sie haben selber natürlich auch einen Hund. Ich habe zwei Terrier, die sind jachtlich ausgebildet und ich möchte jetzt nicht über die Hundehalter herziehen, denn 95 Prozent der Hundehalter sind Top-Leute. Also sagen Sie, die 5 Prozent machen uns Hundehaltern das Leben schwer und das Image der Hundehalter auch ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest. Wo alle darunter leiden müssen. Kritisch. Welche Erfahrung haben denn Sie mit Hunden gemacht? Wir haben bestimmte Hunde da oben, die werden, ich sage mal, so mehr oder weniger als Sturmhunde gehalten, die aber von der Rasse ja Jagdhunde sind. Und diese Hunde haben definitiv diesen Jagdtrieb. Und da oben ist die B64, die ist circa 300 Meter von diesem Revier entfernt. Und wie schnell ein Reh oder ein Hund laufen kann, wissen wir alle. Und die Unfälle passieren auf dieser B64. Und diese Hundehalter, die nehmen es in Kauf, dass Menschenleben gefährdet wird. Und das muss man klipp und klar so sehen. Es geht nicht nur um die Wildtiere, es geht auch um diese Verkehrsunfälle. Und das Rehbild oder die Sauen laufen nicht auf die B64, weil sie das schön finden. Die werden drauf gehetzt, definitiv. Moment, wenn Sie sagen, da oben erst nochmal, müssen Sie uns auch allen in Nordrhein-Westfalen sagen, wo da oben ist? Das ist Münkeloh, Montechabellino. Okay, und ist das eigentlich ein Gebiet, was auch als Freizeitgebiet gilt? Richtig. Aber vielleicht haben die Hunde gar keine andere Möglichkeit, hier in der Gegend frei rumzulaufen. Das müsste man Herrn Paus fragen, ob das so möglich ist. Peng, Herr Paus, sind Sie dran? Also in den elf Jahren haben wir nie ein Problem gehabt, mit unserem Hund, dem Hund die erforderliche Bewegung zu verschaffen. Das heißt, man geht mit dem Hund erst mal spazieren. Das ist das Übliche. Aber sobald Freizeit oder ähnliches ist, dann sind wir mit dem Hund ein Stückchen rausgefahren. Und da gibt es jede Menge Wirtschaftswege. Da ist alles möglich. Und da kann der Hund laufen und auch freilaufen hin und wieder. Und da haben wir nie das Problem gehabt. Wenn man hier in der Stadt an den unterschiedlichen Stellen Freilaufzonen schaffen würde, in einer Großstadt mit 150.000 Einwohnern, mit einer ganzen Reihe von Stadtteilen, dann, ja, ich denke, das ist gar nicht darstellbar, dass wir überall in der Stadt Freilaufzonen extra anlegen seitens der Stadt. Sondern ich habe das erlebt, dass eigentlich das Miteinander auch in den Bereichen außerhalb der geschlossenen Ortschaften so ist, dass das geht, dass Hunde laufen können. Elke. Da regt sich hier im Publikum ein bisschen Widerstand. Denn an vielen Stellen ist immer wieder zu hören. Knapp 150.000 Einwohner hat Paderborn. 4.500 gemeldete Hunde. Die Dunkelziffer ungefähr 1.000 Hunde drauf. Und es gibt keine einzige Freilauffläche. In den Nachbarstädten gibt es Freilaufflächen. Düsseldorf hat 32 Flächen, wo Hunde einfach ohne Leine laufen dürfen. Also ich habe in verschiedenen Ländern in meinem Leben gewohnt. In Norwegen, in Zimbabwe, in Brüssel. Ich habe in Deutschland in verschiedenen Städten gewohnt. Und bevor ich nach Paderborn gekommen bin, hatte ich mich bei Hundefereinen erkundigt, wie ich das mit meinem Hund machen kann. Wo man hier gut mit denen laufen kann. Wo ich meine Wohnung finden kann. Und die Antwort war so schrecklich, dass ich definitiv nicht hierher gezogen wäre, wenn ich nicht schon vorher meinen Arbeitsvertrag unterschrieben hätte. Weil mir gesagt wurde, oh mit Hund, dann kommen Sie besser nicht. Und ich meine, letztendlich kann das ja auch nicht das Ziel von der Stadt und Stadtmarketing sein. Ich meine, ich bin hierher gezogen. Ich fühle mich wohl. Ich komme mit dem Monto oben besten zurecht. Ich habe eine Wohnung in der Nähe und bin zweimal am Tag da. Aber letztendlich weiß auch ich, es ist nur eine geduldete Fläche. Paderborn hat keine. Bielefeld hat drei Stück. Und da klappt es wunderbar. In den Städten und Kommunen werden die Hunde alleine geführt. Es gibt drei große Flächen mit Wiesen, mit Seen und wo die Hunde frei laufen können. Wo die Leute, die die Menschen auch vernünftig laufen und wissen, dass da Hunde laufen. Das klappt wunderbar. Nur in Paderborn gibt es sowas nicht. Die gibt es von allen Seiten. Kriegt Bock, kommt man an der Ärger und Stress, wenn der Hund, ich sage mal, artgerecht gehalten wird. Es gibt weitere Konflikte. Mein Mann ist oben auf dem Monte gejoggt und ist von einem großen Hund angesprungen worden. Und die Kleidung war komplett hinüber. Er hat keine Angst, Gott sei Dank. Sonst wäre er da oben nicht gelaufen. Da sind ja viele Hunde. Aber es ist einfach ärgerlich. Wie ist denn dann die Hundebesitzerin der Hundebesitzer? Wie sind Sie übereingekommen? Sie hat von Weitem gerufen, er tut nichts. Das ist ja dann schon mal ganz gut. Wäre sowieso zu spät gewesen. Ja, und das war es dann. Für mich stellt sich folgende Frage. Es gibt Schilder, auf denen steht drauf Anleihenpflicht. Dann wird angeleint. Punkt. Die Stadt Paderborn nimmt Hundesteuer ein. Dann sollten doch die, die dafür sind, dass es Flächen gibt, wo die Hunde frei laufen sind, dann sollten die doch mal in irgendeiner Form aktiv werden und sagen, okay, dann mieten wir, was weiß ich, 10 Hektar an und machen dann Teich drauf. Wenn ein Hund ein Stück wild hetzt und das läuft über die Straße, dann ist nicht nur der Hund tot, sondern im Zweifelsfall auch der Mensch. Und alle, die hier als Hobbyhundehalter unterwegs sind, ich führe selbst zwei kleine Münsterländer, die jagdlich ausgebildet sind, die müssen sich die Frage stellen, was nützt es, wenn ich rufe und mein Hund kommt nicht? Dann halte ich ihn am Strick. Punkt. Herr Paus, warum gibt es zum Beispiel vor dem Monte Cepolino dieses Schild, Anleihensmang für irgendwelche Hundehalter, die es dann doch nicht tun? Die Viecher rennen da blödsinnig rum. Ich gehe mit dem Schäfer, bin ich unterwegs, die rennen zwischen die Schafe, die machen alles. So, wie ist Ihre Erfahrung, Hundebesitzer und Nicht-Hundebesitzer? Monte Cepolino, alles nur geduldet, Hunde frei laufen, Talle sehen, Habichtsee, Senne, alles nur geduldet. Und wenn man dann das Ordnungsamt auf den Hals gehetzt bekommt, zahlt man eine Strafe, weil der Hund mal frei läuft. Wo soll das hier funktionieren? In den Gemeinden an sich, dass da Leinenzwang ist oder dass da die Hunde an der Leine geführt werden sollen, ist mir verständlich. Das tue ich dann auch. Überhaupt kein Ding. Aber ich denke, dass es auch teilweise an den Hundehaltern selber liegt. Die Großen müssen diesen Sachkundenachweis führen für große Hunde ab einer Schulterhöhe von 40 cm. Die kleinen Hundehalter, also mit den kleineren Hunden, brauchen das nicht. Da frage ich mich, wofür? Weil meistens sind es die Kleinen, die käffen und zwicken, aggressiv werden. Die sind nämlich diejenigen, die auch nicht unbedingt wieder an den Hundebesitzer zurückgehen. Die werden gerufen und gerufen und kommen nicht zurück. Die machen keine Ausbildung. Die gehen nicht zur Hundeschule. Warum? Auch ist ja ein kleiner Hund, der ist ja niedlich, der darf alles. Die Großen müssen das. Warum? Warum gibt es das nicht für alle? Ich würde jetzt gerne einmal mal kurz auf dem Podium reagieren lassen auf die verschiedenen Aspekte, die von Ihnen jetzt schon angesprochen wurden. Gleich sind Sie wieder dran. Frau Sombecki, die gute Ausbildung für den Hund. Wie wichtig ist das? Bei Tieren suchen ein Zuhause, haben Sie ja häufig Tiere und auch Hunde, wo die Hundehalter mit den Tieren ja nicht fertig geworden sind. Das ist eigentlich so bei jedem dritten Tier, das wir zu hören bekommen, wirklich. Er wurde abgegeben wegen Überforderung, weil man sich da vielleicht ein Tier in die Familie geholt hat, was für die Familie nicht so geeignet war, dem man nicht gerecht werden konnte. Aber mal was ganz anderes, was ich hier gerade höre, das ist immer, wenn der Hund nicht hört, dann muss er an den Strick bin ich. Also Strick würde ich jetzt nicht sagen, die Leine. Naja, okay. Was ich allerdings auch immer wieder schockierend finde, ist, warum sich der Mensch mit seinen Ansprüchen über die Hunde stellt, über die Lebewesen stellt. Das ist eigentlich was, was mich so erschreckt. Dann geht es um die Fläche, die Hundeauslaufflächen, die hier eben fehlen, wie ich gerade gehört habe. Der Mensch nimmt sich immer mehr Land, beansprucht das mit einer Selbstverständlichkeit, die ich teilweise wirklich selbst als Mensch erschreckend finde, mit welchem Recht. Ich finde, irgendwann ist auch mal die Zeit, es wurden die Hundesteuern angesprochen, etwas zurückzugeben. Ich weiß, dass die Hundesteuern auch umverteilt werden, auch für andere gemeinnützige Zwecke. Das ist auch schön und gut, aber trotzdem müsste auch irgendwas an die Hundehalter wieder zurückgegeben werden. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, es ist wichtig, dass ein Hund hört. Und es wurde auch angesprochen, die großen Hunde, die kleinen Hunde, sowohl als auch. Natürlich ist ein großer Hund, wenn der auf einen zugelaufen kommt, viel angsteinflößender als jetzt ein kleiner, der vielleicht genau das Gleiche macht. Und ich glaube, da liegt einfach der Unterschied. Bei einem kleinen Hund lacht man noch über manche Sachen vielleicht, wenn er irgendwie zwackend im Fuß hängt. Man lacht noch drüber, schiebt ihn noch weg. Bei einem großen würde man das nicht mehr lustig finden. Ich weiß, Niedersachsen hat den Hundeführerschein eingeführt in der Umsetzung. Ja, vielleicht hakt es noch ein bisschen, aber vom Sinn her ist er gar nicht mal so schlecht. Herr Schäfers, was denken Sie, wie gut kennen die Hundehalter Ihren Hund? Ich glaube, dass zu 75 Prozent die Hundehalter kennen ihre Hunde. Das sind schon weniger als 95 Prozent, was Sie vorhin gesagt haben. Ja, ja, Moment. Moment ruhig. Es geht darum, die Leute, die ihren Hund an der Leine führen, die wissen, was dieser Hund fabrizieren kann. Und wir haben das gehabt, dass ein Erichstätter ein Stück Gräwild gerissen hat, also bei lebendigen Leibe von hinten mehr oder weniger aufgefressen hat. Und das Herrchen hat drauf gelegen und hat es festgehalten, bis das dann endlich, es kamen Passanten dabei, Polizei, bis das endlich ein Jäger, der hingehen konnte und konnte dieses Stück abfangen. So. Und dieser Hund, diese Leute haben wir mehrmals darauf angesprochen, nehmt euren Hund an die Leine. Er hetzt das Wild. Und das ist wirklich oben an der B64. Aber nichtsdestotrotz, nehmt bitte diesen Hund an die Leine. Ne, unser Hund hört. Wie gesagt, der hat das Stück Gräwild gerissen. Und keine paar Tage später derselbe Hund mit denselben Haltern, dasselbe Schauspiel in grün, weiter hinterm Gräwild her. Ja, Moment, warum hat das keine Konsequenzen? Wenn ein Hund hingeht und ein Reh reißt, dann kann man doch nicht einfach machen, weiter so wie bisher. Das müssen Sie mich nicht fragen. Das ist Sache des Ordnungsamtes und nicht von uns. Herr Paus, Sie sind Bürgermeister hier und müssen da eigentlich mal einschreiten. Ne, das werden wir jetzt mal ganz ernsthaft. Bei so einem Fall, wenn klar ist, hier verhält sich ein Hund und ein Hundehalter, wie das eigentlich nicht sein soll und nicht sein darf, dass ein Reh gerissen wird. Was für Möglichkeiten gibt es dann darauf zu reagieren? Auch dann von Seiten der Stadt, von Seiten des Ordnungsamtes, um da einzuschreiten? Also vom Grundsatz her, ich kenne den Sachverhalt jetzt nicht. Er ist uns noch nicht bekannt. Wenn Sie uns den nennen, dann kann man darauf reagieren. Dann muss man zur Not sogar die Eigenschaft dieses Menschen als Hundehalter zu sein, ja, letztlich in Frage stellen und muss sie möglicherweise den Hund abnehmen, wenn das so ist. Das könnte eine ordnungsbehördliche Maßnahme sein. Es ist ja die Diskussion jetzt mehrfach gewesen, warum bei großen Hunden, warum bei kleinen Hunden. Ich glaube, das haben Sie schon beantwortet, weil einfach das größere Tier auch letztlich das Tier ist, von dem die größeren Gefahren am Ende ausgehen. Das ist sicherlich eine Systematisierung, das ist sicherlich, gilt nicht für den Einzelfall. Ein gut ausgebildeter großer Hund, sicherlich anders als ein nicht ausgebildeter kleiner Hund, das will ich alles nicht bestreiten, aber ab einer bestimmten Größe ist die Gefahr einfach ein Stück größer, wird sie auch von Menschen, die keine Hundehalter sind, so gesehen. Zu den Freilaufflächen generell zu dem Thema, wie wir mit Hunden in Paderborn umgehen. Wir setzen darauf, dass wir Regeln haben, dass wir einschreiten können, wenn also die Verunreinigung in der Fußgängerzone passiert, dass wir einschreiten, wenn der Leinenzwang nicht eingehalten wird, aber dass wir nicht ständig Mitarbeiter des Ordnungsamtes hinter jedem Hundehalter hinterher schicken und gucken, ob er das alles richtig macht. Sondern wir haben die Regeln, aber wir haben jetzt keinen Riesenertrag daraus, dass wir im Laufe eines Jahres extrem viel Geld über Bußgelder einnehmen, sondern wir reagieren dann, wenn wir von solchen Sachverhalten hören. Ich denke, wir sollten uns da nachher kurz mal drüber unterhalten. Dann setzen wir die Regeln im Einzelfall durch und wir setzen darauf, und das funktioniert eigentlich auch, dass, Sie haben gesagt, 95 Prozent, dass ganz, ganz viele Hundehalter sehr bewusst und verantwortungsbewusst sind und dass wir deshalb nicht einschreiten müssen. Also die Regel heißt, wir setzen auf die Verantwortlichkeit der Menschen und haben die Regeln für den Fall, dass jemand sich tatsächlich überhaupt nicht daran hält und auch nicht bereit ist, sich dauerhaft daran zu halten. Sagt der Bürgermeister, was sagen Sie im Publikum? Elke? Hier im Publikum regt sich doch kräftiger Widerstand und zwar zu der Situation, dass ein Hund ein Reh gerissen hat in einem der Naherholungsgebiete hier im Raum Paderborn. Ja, also ich habe einen Hund und bin zweimal am Tag oben am Monte mit meinem Hund und kann ganz sicher sagen, dass das ein absoluter Ausnahmefall ist. Und für diejenigen, die jetzt keinen Hund haben, das ist schon, um sich das vorzustellen, das ist natürlich schon deswegen Ausnahmefall, weil jeder Hundebesitzer aus reinem Selbstinteresse schon aufpassen wird, dass deswegen sein Hund nicht jagen geht, weil ein jagender Hund einmal in den Wald geht und dann weg ist. Die meisten kommen dann vielleicht nach einer Stunde oder zwei wieder und der Hundebesitzer müsste dann warten. Also ein normaler Mensch, der jetzt total unverantwortlich ist, würde schon allein aus dem Grund, dass er ja selber auch den Hund nicht zurückkriegt, wenn er nach Hause will, deswegen schon mit einem wildernden Hund nicht ohne Leine spazieren gehen. Aber es herrscht Leinenzwang in diesem Naherholungsgebiet, von dem Sie gerade reden. Und dort müssen sich die Hundebesitzer mit den Joggern, mit den Kinderwagen schiebenden Familien, mit den laufradfahrenden Kindern die Fläche teilen, oder? Sehe ich das falsch? Das ist so, aber ich fand das eben ganz witzig zu diesem, was der Herr da hinten gesagt hat mit den Jagdhunden. Da fällt mir die Szene ein, dass am Montag ganz oft der Jäger mit dem Auto hinter seinen Hunden herläuft und ständig seinen Hund ruft. Das ist jetzt so ein bisschen eine Anekdote, ja. Wir bewegen uns hier in einem Naherholungsgebiet. Es gibt, glaube ich, mehr Probleme und es gibt mehr Naherholungsgebiete im Raum Paderborn. Wie sieht es bei Ihnen aus? Kennen Sie Konflikte? Es gibt faktisch keine Möglichkeit, den Hund frei laufen zu lassen. Wir haben das vom Juristen prüfen lassen. Wir haben mit dem Land Nordrhein-Westfalen gesprochen. Es gab auch rege Korrespondenz zwischen der Stadt und dem Land. Das Ganze ist problematisiert worden in Verbindung mit dem Landeshundegesetz. 2003 hat daraufhin die Stadt Paderborn eine entsprechende ordnungsbörtliche Verordnung, wo das geregelt ist, initiiert. Fakt ist, dass es Naherholungsgebiete auch umfasst und dadurch, dass wir über Landschaftsschutzgebiete reden müssen, über Naturschutzgebiete, über Forst, über alles mögliche Vogelschutzgebiete, ist faktisch hier keine Möglichkeit, einen Freilauf zu gewährleisten. Das wiederum verstößt gegen die Bundesordnung für Hundehaltung, Verstöß gegen das Tierschutzgesetz und ähnliches. Es ist nicht normal, dass man als Hundebesitzer immer nur das Gefühl der Duldung hat. Ich würde gerne auf diese Hundefreilauffläche eingehen, Frau Hemingway, weil ich weiß, dass Ihnen gerade dieses Thema Hundefreilauffläche sehr am Herzen ist. Warum ist es für Hundehalter wichtig, dass es diese Freilauffläche gibt? Die Freilauffläche ist für den Hund verdammt wichtig, damit er seine Sozialkontakte pflegen kann, damit er frei toben kann mit anderen Hunden, auch mal mit einer ganzen Gruppe von Hunden. Bei uns in Hasewinkel, wir wohnen ganz ländlich, ist auch Leinenzwang. Die Stadt sagt immer, ihr könnt auch außerhalb gehen, ist doch genug Grün. Gut, wir gehen außerhalb und hat überall Ärger. Es kommt der Jogger, es kommt der Radfahrer, es kommt der Jäger, es kommt der Forstwirt. Also es gibt nicht eine Stelle, wo wir die Hunde einfach mal laufen und toben lassen können. Toben heißt nicht, dass er bei mir bei Fuß laufen muss, weil er ohne Leine ist oder sich nur fünf Meter von mir entfernen darf. Toben heißt auch mal Gas geben und eine richtige Ecke rennen. Ist nicht machbar, weil irgendwer fühlt sich gestört. Deshalb finde ich es ganz wichtig, dass die Stadt den Hundehaltern eine Fläche zur Verfügung stellt mit einem Zaun drumherum, wo sich diese Hunde frei bewegen dürfen, toben dürfen, spielen dürfen. Somit ist auch die Gefahr genommen, dass sich Jogger oder Mütter mit Kindern, Radfahrer, dass sie sich angegriffen fühlen von freilaufenden Hunden. Es ist uns auch ganz oft passiert, dass uns Leute angesprochen haben, Mensch, packt die Hunde an die Leine und verschwindet hier. Und auf die Frage, wo sollen wir denn noch hin mit unseren Hunden, kam dann, dann soll eure Stadt euch doch was zur Verfügung stellen. Wie sieht das jetzt? Hase Winkel ist 60 Kilometer von Paderborn entfernt. Wie sieht das bei Ihnen aus? Wie sind die Chancen, dass Sie eine Hundefreilauffläche in Hase Winkel oder in der Nähe bekommen? Wir haben eine Gruppe gegründet, ganz klar die Hundefreunde Hase Winkel, haben uns auch vorher schon immer schön getroffen, gemeinsame Spaziergänge, Freiläufe und haben dann gesagt, es geht so nicht, wir kämpfen gemeinsam. Wir haben dann Anträge gestellt, die sind abgeschmettert worden. Wir haben mehrere Anträge gestellt, keine Chance. Und dann haben wir gesagt, so geht es nicht weiter. Sind dann los und haben 850 Unterschriften gesammelt. Diese sind auch bei der Politik nicht angekommen, wurden nur müde belächelt. Haben aber Gott sei Dank Politiker gefunden, die ein offenes Ohr für uns hatten, die uns wirklich unterstützt haben. Und die haben dann den nächsten Anlauf gemacht und haben gesagt, und jetzt tun wir das für euch, weil sie es genauso sehen. Und jetzt im Februar wird darüber entschieden? Jetzt im Februar soll das wohl entschieden werden. Ob es tatsächlich eins gibt? Das hilft Ihnen in Paderborn natürlich noch nicht weiter, weil Sie wollen ja nicht immer 60 Kilometer nach Hase Winkel dann fahren, Elke. Aber hier in Paderborn regt sich Widerstand und es gibt zwei Personen, die das immer wieder kommunizieren per Leserbrief in der Zeitung. Wo darf ein Hund frei rumlaufen und warum ist es so wichtig, in Paderborn etwas zu verändern? Also erstmal die Anmerkung von mir. Wir haben jetzt seit neun Jahren einen Hund, beziehungsweise jetzt den zweiten und wir haben die ganze Zeit über, wissen wir um das Problem mit dem Leinenzwang, aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, die Stadt, das ist auch so unser Eindruck, die drückt eigentlich an allen Ecken und Enden ein Auge zu. Wie sieht das aus? Wo können Sie, ohne dass Sie eine Strafe zahlen müssten, den Hund freilaufen lassen? Sie fordern eine Freilauffläche. Ja, das, was Frau Hemingway gesagt hat, ist unheimlich wichtig. Ein Hund muss seine Sprache lernen und ein Hund, der an einer Leine ist, kann seine Körpersprache nicht ausprägen. Das ist ungefähr so, als wenn wir die mindestens eine Hälfte unseres Mundes zugeklebt bekämen und trotzdem dem Anspruch gerecht werden müssten, kommunizieren zu können. Das muss ein Hund lernen und das kann er nur ohne Leine lernen. Ohne Leine kann er es und muss er es an einer Hundeschule lernen. Das Belegen eines Kurses ist aber völlig freiwillig. Das heißt also, es gibt unheimlich viele Hunde, insbesondere Hundebesitzer und Besitzerinnen von kleinen Hunden, die der Meinung sind, dass der Hund das nicht braucht. Und dann nehme ich dem Hund und auch dem Halter die Möglichkeit, die Basis dessen zu lernen, was beide Seiten der Leine können, müssen, um mit anderen klarzukommen, die keine Hunde haben. Ganz ungeheuerlich finde ich das, was hier die beiden Schäfer hier gerade gesagt haben. Wenn ich mit meinem Hund eine Freizeitgeschichte, machen wir uns doch nichts vor, in einen Bereich komme, wo jemand seinen Broterwerb gefährdet bekommt, spätestens da muss ich absolut Rücksicht nehmen. Also brauchen wir eine Freilauffläche in Paderborn. Herr Paus, Sie haben vorhin schon eine Vorlage bekommen, dass Sie nicht ganz so schrecklich aussehen. Sie geben umsonst die Tüten zum Kacken ab für die Hunde. Das ist ja schon mal gut. Das halten wir noch mal fest. Damit haben wir aber noch nicht die Freilaufflächen, wie wir von Frau Hemingway und von Ihnen aus dem Publikum jetzt auch gehört haben. Wie wichtig ist es? Inwiefern haben Sie sich damit schon beschäftigt? Wir haben uns mehrfach damit beschäftigt. Das Ergebnis ist, dass wir solche Flächen einmal bei den Hundevereinen haben. Natürlich möchte nicht jeder Mitglied des Hundevereins sein, aber da ist die Möglichkeit. Wir haben mehrere gute Hundevereine. Das Zweite ist, das ist ja in mehreren Anmerkungen gerade auch deutlich geworden, wir setzen auf das Miteinander. Das heißt, wir haben nicht das gesamte Stadtgebiet mit Leinenzwang ausgestattet. Das können Sie in Ruhe nachlesen. Das ist zumindest mein Verständnis der Verordnung, die wir haben. Und wenn man außerhalb der Ortslage in Anführungszeichen ist und außerhalb bestimmter Bereiche, die hier auch noch genannt sind, dann besteht die Möglichkeit, den Hund laufen zu lassen, wenn man nicht einen Yachthund hat und gleichzeitig dann gegen Regeln der Yacht verstößt oder ähnliches. Wir sind der Meinung nach längerer Abwägung, dass wir keine Hundefreiflächen speziell ausweisen müssten. Herr Paus, wenn ich da noch einmal als Anwältin der Teilnehmer hier da sein dürfte, weil Sie merken ja ganz einfach, dass von den Hundehaltern, die hier sind, doch Hundefreilaufflächen ganz klar gefordert werden. Und gerade diese Freilaufflächen aus verschiedenen Gründen auch zu einem entspannteren Verhältnis wohl zwischen Hundehalter und Nichthundehalter führen könnten und würden. Woran scheiterte es? Gibt es keine Flächen, die ausgewiesen werden können? Ist es zu teuer der Stadt? Sagen Sie, auch da haben wir kein Geld für. An welcher Stelle ist es gescheitert? Nein, nein, nein. Wir haben faktische Freilaufflächen für Hunde, indem wir schlicht und ergreifend davon ausgehen, dass die Hundehalter das in der freien Landschaft selber regeln können. Okay. Das heißt, wo ist das, nein, das müssen Sie uns jetzt mal kurz sagen, wo ist das, wo ist das tatsächlich möglich? Also wo ist das tatsächlich möglich, dass die Hunde hier in Paderborn frei laufen können? Wo sind wir spazieren gegangen? Wir sind, wir sind spazieren gegangen zu Fuß mit unserem Hund aus der Stadt heraus zum Hackstergrund hin. Wir sind in anderen Bereichen spazieren gegangen. Da war das möglich. Also es ist doch nicht so, als wenn Paderborn überall Ortslage hat, als wenn Paderborn überall dichten Wald hätte, wo ich keinen Hund laufen lassen kann. Also bei aller Liebe, das Problem haben wir so extrem nicht gehabt, wie das hier jetzt geschildert wird. Sonst wäre ja Hundehaltung in Paderborn überhaupt nicht möglich, wenn das, was hier geschildert ist, tatsächlich Realität wäre. Und wir haben Hundevereine, in denen man auch den Hund ausbilden kann und ausbilden darf. Also ich denke nicht, dass wir, nochmal, wir haben das lange abgewogen und sind zum Ergebnis gekommen, wir brauchen keine, in Paderborn keine speziell ausgewiesenen Hundefreiflässchen. Frau Hemingway, Sie zuerst dazu und Frau Sobecki sitzt auch schon auf der Kante. Also Frau Hemingway. Das Thema Hundevereine, das haben wir auch regelmäßig zu hören bekommen. Ich möchte aber nicht in einen Verein eintreten müssen, damit mein Hund einmal freilaufen darf. Ich möchte meinen Hund, wenn ich Lust habe, abends um neun freilaufen lassen dürfen oder morgens um sechs. Und nicht, wenn jetzt gerade der und der Kurs ist oder die Hundeschule gerade sagt, jetzt können wir. Ich muss auch bedenken, dass es vielleicht Leute gibt, die sich diese Hundeschule zusätzlich zu ihrem Hund nicht leisten können. Und dann noch zu Ihrer Aussage, dass man ja dort und dort den Hund freilaufen lassen darf. Was ist denn dann mit diesem Jagdhund, der zum Beispiel einen extremen Jagdtrieb hat? Hat der nicht das Recht, auch mal mit Artgenossen frei zu toben, ist dann ja im Wald und außerhalb also nicht machbar. Vielleicht muss ich mir dann ja auch überlegen, welche Rasse ich halte, wenn ich das Problem sehe, dass mein Hund von mir nicht kontrolliert werden kann, wenn er draußen frei läuft. Frau Sobecki, Sie dazu. Aber Herr Paus, wo soll denn ein Jagdhund dann überhaupt lernen, bei dem Besitzer zu bleiben, wenn er nicht die Möglichkeit hat, wenn ihm überhaupt keine Fläche dafür zur Verfügung steht, zum Lernen? Und wenn ich, genau wie Frau Hemingway gerade gesagt hat, überhaupt keine Lust habe, in einen Verein zu gehen, weil ich vielleicht sage, Mensch, ich habe sehr viele Seminare besucht. Ich kriege das auch mit meinem Hund allein hin. Eine ganz andere Frage. 3,6 Prozent gerade mal in Deutschland sind Naturschutzgebiete. Nationalparks, ich glaube, in ganz Deutschland, nehmen weniger Platz als ein Prozent ein. Warum ist da nicht eine Auslauffläche für Hunde drin? Ich finde, es ist einfach auch mal an der Zeit, dass der Mensch dem Tier ein bisschen Platz zurückgibt. Wo ist das Problem? Es geht doch schlicht darum, dass es um den Hundebesitzer mit seinem Hund geht. Ja, aber er muss doch die Möglichkeit haben, mit dem Hund zu trainieren. Es geht doch nicht darum, dem Tier, das irgendwo in der freien Wildbahn unterwegs ist, eine Fläche zu geben, sondern dem Hundebesitzer für sein Tier, das er als Hobby gerne hält. Darum geht es. Sie können jetzt nicht Tier gegen Mensch ausspielen. Das passt nicht, sondern es sind die Interessen des Hundebesitzers, der mit seinem Hund gerne unterwegs sein möchte, seinen Sport, seinen Hundesport, seine Liebhaberei haben möchte. Und dann muss ich mir das selbst auch ein Stück organisieren, wenn ich das haben möchte. Dazu vielleicht mal kurz wieder aus dem Publikum Ihre Fragen und Anmerkungen, Elke. Hier regen sich die Stimmen. Wie sieht es aus? Wir haben jetzt die ganze Zeit über das Stadtgebiet gesprochen. Da gibt es hier viel Interesse, was zu sagen. Sie sind Jäger. Ich bin Jäger und Hundehalter und ich habe kein Problem, meinen Hund auszubilden, ihm die Gelegenheit zur Bewegung zu geben. Ich stelle aber fest, ganz im Gegensatz zu Herrn Schäfers, dass nicht 75 Prozent kompetente Hundehalter sind, sondern vielleicht zehn. Weil ich stelle immer wieder fest, dass Hunde angeleint oder den öffentlichen Regeln unterzogen sind, sind kein Schutz vor Kollisionen. Weil der Bürger, der sich einen Hund kauft, geht wie in vielen anderen Dingen so vor, dass er sich erst den Hund kauft und sich dann über die Probleme Gedanken macht, die damit entstehen. Wenn ich mich vorher sachkundig mache und mir überlege, was schaffe ich mir für einen Hund an, dann habe ich vielleicht mit Hilfe von Leuten, die damit schon Erfahrung haben und mit der entsprechenden Literatur die Möglichkeit, meinen Hund so zu trainieren, dass er ein ausgeglichenes Leben führen kann und ohne, dass er die Gesellschaft nachhaltig stört. Ich gehe mit meinem Hund auf Freiflächen in der Landschaft rund um Paderborn spazieren. Ich lasse ihn frei laufen. Ich stelle, wenn Leute mir entgegenkommen, zu Fuß, per Fahrrad, als Jogger. Ich stelle eine sichere Situation für die Leute her, indem ich meinen Hund in eine ruhige Stellung bringe durch einen Befehl. Dazu brauche ich keine Leine. Und der Hund tut das und die Leute signalisieren, aha, die Lage ist in Ordnung, weil ich möchte keine alte Frau vom Fahrrad holen. Und ich möchte auch nicht, dass mein Hund irgendwo an einer Hauswand oder einen Zaun pinkelt. Der Hund kann sich erst lösen, wenn wir in einem Gelände sind, wo diese Fäkalien keinen Schaden anrichten. Das kann man jedem Hund beibringen. Ich stelle bei uns im Wohnviertel fest, dass Leute, die nach außen hin einen piekfeinen Eindruck machen, sobald sie mit ihrem Hund an der Leine dieses Viertel bewandern oder begehen, der pinkelt an jeden Zaun, an jede Tür. Der nächste Hund nimmt diese Geruchspositionen auf und tut das Gleiche. Und Wege, die von Schulkindern und Leuten im Alltag benutzt werden, werden jeden Tag vollgeschissen. Nachdem die Stadtreinigung da war, hat es weggefegt. Die Tüten zur Entsorgung hat die Stadt wohlwollend herausgegeben. Aber bei der Entsorgung der Tüten bleibt bei vielen Hundehaltern alles im Argen. Die liegen nämlich irgendwo gefüllt in der Landschaft und warten darauf, dass sich ein erbarmungsvoller Mensch findet, der das entsorgt. Das war jetzt ein Rundumschlag. Aber an dieser Stelle wüsste ich gern von Ihnen, wo darf der Hund im Wald wie frei laufen? Wir haben ein allgemeines Betretungsrecht des Waldes. Das heißt, wenn ich mich auf Waldwegen bewege, kann ich den Hund frei laufen lassen. Sobald ich in geschlossene Waldgebiete gehe, muss der Hund angeleint sein. Aber dennoch ist es doch ein Problem. Nicht jeder besitzt ein Auto. Nicht jeder kann eben schnell in den Wald fahren. Ich muss noch ein paar Meinungen hier einholen. Ich glaube, dass das ein Problem ist, was beide Seiten betrifft. Es ist deutlich einfacher, wenn man sich ganz klar vorher Gedanken macht, was für eine Rasse lege ich mir zu. Da gebe ich dem Herrn vor mir recht. Weiterhin denke ich, dass es ganz wichtig ist, dass man gegenseitig Rücksicht aufeinander nimmt. Und zwar die Hundehalter gegenüber den Nicht-Hundehaltern. Denn kein Mensch weiß, ob derjenige, der einem entgegenkommt, ein Erlebnis gehabt hat, schon mal gebissen worden ist, Angst hat. Es ist völlig egal. In dem Moment hole ich den Hund zu mir ran. Auf der anderen Seite sehe ich auch ganz klar das Giftproblem, was verstärkt bei uns in der Ecke aufgetreten ist, als Ursache dafür, dass die Hundehaufen nicht weggemacht werden. Wir können nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch Hundeliebhaber ist. Aber jeder Mensch benutzt unsere Gehwege. Auf der anderen Seite, finde ich, muss auch die Stadt was tun. Wir reden hier von Naherholungsgebieten. Gehe ich da mit dem Hund spazieren, habe ich eine Anleihenpflicht? Überhaupt gar kein Problem. Ich mache die Scheiße weg. Und was finde ich nicht? Mülleimer. Und zwar bis zur Maria hinten, lang durch den Hackster Grund. Und dann gibt es Hundehalter, die sagen, ja Moment mal, packe ich denn jetzt meine Tüte mit der Hundescheiße drei Kilometer bei mir in die Jackentasche, bevor ich sie wegschmeißen kann? Nein. Und wenn man mal genau guckt, findet man entweder nicht weggemachte Hundescheiße oder aber entsorgte Beutel, weil kein Mülleimer vorhanden ist. Das ist aber ein schönes handfestes Problem. Also wenn ich in einem Waldgebiet spazieren gehe und auf dem Wald, wie ich aufsammle, dann werde ich ihn leider ein Stück tragen müssen. Ich werde nicht alle Wald- und Freizeitgebiete in Paderborn mit Müllsäcken ausstatten. Und im Stadtgebiet gibt es reichlich alle 50 bis 100 Meter die Möglichkeit, einen solchen Müllbeutel zu entsorgen. Wenn es irgendwo Defizite gibt, bin ich gerne bereit, mich darum zu kümmern. Lippesee, Fischteiche, Sie haben auch gerade abgewunken. Warum das? Es könnte sein, dass das eine längere Liste wird, Herr Paus. Ja, weil es ist zu wenig. Allein am Monte oben, was da an Hunden spazieren geht und die Hundeführer da oben. Also, dass da manche die Hunde laufen lassen. Und in manchen Gebieten gehen wir da gar nicht mehr gerne rein, weil da so viel Hundekot liegt, dass ich mich da vor Ekel einfach mit meinen Hunden da spazieren zu gehe. Und Sie haben noch einen eigenen Hund. Was machen da erst die Radfahrer, Wanderer und Jogger? Ja, guten Abend. Ich bin kein Hundehalter, kein Hundebesitzer. Ich glaube nicht, dass das Thema ist, dass der Hund heute ein Plagegeist ist. Eigentlich ist es immer das Herrchen. Und Herr Paus, sage ich Ihnen ganz ehrlich, warum gehen Sie jetzt mal nicht als NRW-Vorreiter mal jetzt ran und sagen ganz einfach, lass uns einen Hundeführerschein für die Besitzer machen und zwar für alle Rassen. Und somit kann auch jeder Hund dann dementsprechend, wenn das dann passiert ist, jeder Hund auch wirklich hier in der Stadt mal frei laufen. Das ist nicht mehr das Thema dann. Gut, da gehen wir jetzt mal handfest ran. Erst der Hundeführerschein, den Sie gerade angesprochen haben, nehmen wir den zuerst. Herr Paus. Also den können wir nicht in Paderborn, denke ich, einführen. Und ich denke, wir sollten noch nicht alles reglementieren. Was wir machen ist... Aber wir reglementieren doch sonst alles. Ja, hören Sie doch mal zu. Entschuldigung. Das, was wir in Paderborn machen, ist, dass wir zum Beispiel eine Ermäßigung auf die Hundesteuer geben, wenn jemand seinen Hund ausbildet und wenn er eine bestimmte Qualifikation erwirbt mit dem Tier zusammen. Dann gibt es eine Ermäßigung. Das finde ich ist der richtige Weg, dass man auch darauf setzt, dass Menschen einen Anreiz bekommen, sich intensiver mit ihrem Tier zu beschäftigen. Frau Hemingway, sehen Sie den Hundeführerschein für wichtig und notwendig an? Ich denke, dass genau die Prozentzahl, die jetzt das ausmacht, warum wir diese Probleme haben, sich davor drücken wird und diesen Hundeführerschein nicht machen wird. Es wird immer die Dunkelziffer geben, die heimlichen Hund hält, der nicht angemeldet ist und genau das werden die Leute sein. Herr Schäfers, was denken Sie, wie erreicht man die Menschen, egal wie groß die Prozentzahl jetzt ist, das kann ich auch nicht verifizieren, die sich verweigern, die ihren Hund weder artgerecht halten, noch genau wissen, wie er zu erziehen ist und wissen, wie sie mit ihm umgehen soll. Wie erreicht man die? Ich glaube, wenn die Hundeführer, die wirklich top drauf sind und sprechen diese Leute gezielt an, immer wieder darauf ansprechen, das fruchtet am meisten. Frau Sonbecki? Das war ja auch ganz zu Anfang, da hatte ja auch jemand hier im Saal gesagt, so wie man es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Und ich glaube, da muss ich Herrn Schäfers recht geben, als Hundehalter auch selbst, wenn man sieht, dass irgendwo bei einem anderen Hundehalter es gerade nicht so klappt in der Mensch-Hund-Kommunikation, dass man da vielleicht mal irgendwie unter die Arme greift. Frau Sonbecki, wenn Sie mit Tiere suchen, ein Zuhause, auch mit Hundehaltern zusammenkommen oder auch mit Ihnen sprechen, wie stark setzen sich Menschen, die einen Hund haben wollen, damit auseinander, was es tatsächlich für einen Hund ist und was ein Hund für Arbeit bedeutet und tatsächlich für sich kümmern und machen? Also die Leute leider oft zu wenig, aber es gibt Tierschutzvereine, Tierheime, die wirklich eine super Arbeit leisten, die dann natürlich auch Vorkontrollen machen, ob der Hund überhaupt in die Familie passt, ist es überhaupt möglich, den Hund artgerecht dort zu halten. Aber ich glaube, das Problem ist eben, dass es heutzutage im Zeitalter des Internets eben nicht die Tiervermittlung nur über Tierheime und Tierschutzvereine gibt, sondern einfach, dass sich wirklich jeder jeden Hund irgendwo im Internet besorgen kann. Und das ist ja auch immer ein Aspekt, den wir bei Tiere suchen, ein Zuhause ganz oft ansprechen, eben die Aufklärung, dass es eben, wie die Dame auch zuvor meinte, nicht die schönen blauen Husky-Augen sind, die einen da faszinieren sollte, sondern diese schönen blauen Husky-Augen, die werden auch irgendwann mal groß und haben ihre Ansprüche. Darüber hinaus, Herr Schäfers, vermenschlichen viele Menschen den Hund auch. Also wenn ich ins Internet mal gucke, was es heutzutage für Hunde schon alles gibt, da gibt es die Massage für den Hund, es gibt den Friseur, es gibt die selbstgemachten, gebastelten Schüchen für den Hund, es gibt Schmuck für den Hund, also man glaubt gar nicht, was es alles für den Hund gibt. Also der Hund kann ein Seepferdchen machen, also wo man sich denkt, hallo Freunde, wo sind wir denn eigentlich? Ist da eine Tendenz? Wie beurteilen Sie das, wenn Sie schauen, was, der Hund ist ein Wirtschaftsfaktor, was tatsächlich da passiert? Ich finde das teilweise nur lächerlich. Ich kann mich nur kringerlich lachen über sowas, wenn ich sowas sehe mit diesem Jäckchen und Schleifchen im Arsch. Irgendwo, der Hund ist ein Tier und er sollte auch Tier bleiben. Wie kriegt man eine solche Entwicklung wieder besser in den Griff, was glauben Sie? Hundeartig, denke ich. Ja, und wie gesagt, viele Leute, die haben definitiv keine Ahnung, die schaffen sich einen Jachthund an und sagen, der ist aber süß als Welpe, nur dass der irgendwann mit zwei Jahren voll ausgebildet sein muss. Er hat das in den Genen drin, dass er jagt und die sagen, das ist ein feiner Hund, das geht in meinen Kopf nicht rein. Die wissen gar nicht, was für eine dicke Zeit, warum die in die Hand haben. Wir haben den Titel ja relativ bewusst gewählt, Bester Freund oder Plagegeist. Es wurde gerade applaudiert, sehr geschmunzelt, als Judith Schulte-Loh gesagt hat, was es alles für den Hund gibt. Kosmetiksalon, Friseur, Schüchen, Puschen, Oberteile, Unterteile. Wir haben gestern in der Lokalzeit nachgefragt, wie sieht das aus, Bester Freund oder Plagegeist. Und meine Kollegin, die das Ganze erfragt hat, Anna Steinhagen, hat uns das Ergebnis heute mal mitgebracht. Wie sieht es denn aus, wie war denn da die Umfrage? Also durchaus für sprechen für den Hund. 68 Prozent haben gesagt, ich bin ein Hundefreund und nur 32 Prozent sagen, es ist ein Plagegeist. Ist denn der Hundefreund ein vermenschlichter Hund? Also ich bin ein großer Hundefreund und mein Hund ist nicht vermenschlicht. Ja, natürlich darf mein Hund mit mir kuscheln und mein Hund guckt mich auch mal schräg an, wenn ich was zu essen in der Hand habe. Aber trotzdem bin ich der Meinung, ein Hund sollte auch Auslaufflächen haben. Ein Hund muss aber dann auch hören. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach eine artgerechte Tierhaltung aus? Haben wir da heute schon drüber gesprochen? Die artgerechte Tierhaltung, also ich würde auch sagen, der Hund hat nie Schuld. Das ist immer der Halter. Und ich habe zwei Hunde, einen Hoferwart und einen Kollimischling. Und ich habe auch mein ganzes Leben lang schon immer Hunde gehabt, auch als Kind hat meine Eltern Hunde. Und ich muss wirklich sagen, ich habe auch mehr Probleme mit anderen Hundehaltern als mit Joggern, Fahrradfahrern oder Kindern oder Erwachsenen. Weil ich meine Hunde auch, wenn ich die laufen lasse, zurückrufe, anleine, dass ich keinen anderen damit belästige. Und ich sammle auch den Hundekot auf, wie es viele nicht machen. Und bei uns in dem Stadtteil ist es ja auch die letzten Monate so gewesen, wir hatten Probleme mit Giftködern, Rattengift und mit Fleischstücken mit Rasierklägen drin. Und ich möchte halt nicht, dass einer meiner Hunde mit sowas vergiftet wird. Und daran sind wirklich Hundehalter schuld, wie der Herr, der diesen Hund da oben hat laufen lassen und das Reh gerissen wurde. Oder Leute, die ihre Hunde überall hin machen lassen und es einfach liegen lassen. Ich jage seit 40 Jahren im Naturschutzgebiet, habe selber einen Hund, liebe meinen Hund abgöttisch. Jedes Jahr wird mindestens ein Reh bei mir gerissen, was ich dann auch öffentlich gemacht habe, habe es in den Baum geengt, mit Schildern dran und alles. Und dann wird von der Zeitung her ein Rehkitz fotografiert, damit die Kinder das nicht sehen in der Zeitung. Kann ich auch verstehen. Nur, es müssten wirklich mal Kontrollen durchgeführt werden. Es passiert gar nichts. Ich kann doch die Leute nicht sagen, ich als Jäger, ich sage, sagen Sie mir mal Ihren Namen, ich will Sie anzeigen. Und die lachen mich aus. Was wollen Sie denn von mir, sagen die? Aber die Anzeige ist notwendig, damit eingegriffen werden kann, oder? Wie die Leute heißen. Ich kann denen doch nicht auf der Brust was jetzt sagen, geben Sie mir mal Ihren Ausweis, ich möchte Sie anzeigen. Wir müssen da Kontrollen, richtige Kontrollen müssen durchgeführt werden. Da kann die Stadt sich einen goldenen Hinterpartie hin, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das ist eine Katastrophe, das ist wirklich wahr. Aber es macht keiner. Wenn ich anrufe, ja, dann kommt einer, guckt sich das an, dann ist der Hund schon wieder woanders. Ich habe selber einen Hund gesehen, der ein Stück Rehbild gerissen hat. Nachher habe ich den Hund bei einem Herrchen gesehen, da wusste ich ja, wo er ihn gehört. Da habe ich nur darauf angesprochen. Meiner war das nicht. Nein, meiner macht das nicht. Okay, wir sind beim Thema, Herr Paus, da müssen wir jetzt nochmal ran. Dann Kontrollen, das ist natürlich schwierig, wenn Sie sehen, dass ein Hundehalter mit seinem Hund Mist baut. Ich nehme sie jetzt mal beide zusammen. Also der Hundehalter baut mit seinem Hund Mist, andere leiden darunter. Und eigentlich ist man natürlich in der Pflicht zu sagen, den will man doch zur Rechenschaft ziehen für das, was er falsch macht. Ich als normaler Spaziergänger, der da belästigt werde oder der ich in der Region da wohne, ich komme nicht so ohne weiteres an den dran. Also Kontrollen notwendig. Wir sind der Meinung, wir haben unsere Regeln. Wir müssen aber nicht ständig mit dem Ordnungsamt schauen, hinter jedem Hund her zu sein, hinter jedem Hundebesitzer, um zu schauen, ob die Regeln auch eingehalten werden. Sondern wir reagieren anlassbezogen. Wenn wir verstärkt hören, da gibt es Riesenprobleme, dann machen wir gezielt Kontrollen und versuchen dann auch denjenigen zur Rechenschaft zu ziehen, der diese Probleme macht. Aber vom Grundsatz her gehen wir davon aus, dass die Bürger das untereinander im Einvernehmen regeln, lösen. Und wir setzen also nicht irgendwo streifenbewusst an, um Hundebesitzern hinterher zu gehen, ob die alles auch richtig machen. Das ist einfach ein Extrem. Das geht nicht. Das wäre auch gar nicht leistbar. Frau Sonbecki. Ich glaube, ganz wichtig ist auch einfach mal den Aspekt zu sehen, Respekt und Toleranz von beiden Seiten her, ob jetzt Hundebesitzer oder Nicht-Hundebesitzer. Und eins muss ich auch ganz klar sagen, weil das jetzt hier so sehr viel ums Koten geht. Nur weil ich Hundebesitzer bin, heißt das nicht, dass ich es toll finde, wenn ich in einen Hundehaufen trete. Ich finde es genauso schrecklich wie auch ein Nicht-Hundehalter. Vielleicht darf ich dazu noch sagen, dass wir insgesamt in der Stadt da ganz ordentliche Verhältnisse haben. Ich denke, dass es schon schlimmere Zeiten gegeben hat in der Paderborner Fußgängerzone, auch im Paderquellgebiet. Also das ist eher erträglich. Ich achte besonders darauf, seitdem wir einen Hund hatten und seitdem wir uns auch um spezielle Regeln kümmern. Also ich denke, da ist Paderborn doch eine ganz saubere Stadt, auch was das angeht. Wie kann man vielleicht auch nochmal, wenn man auf beide Seiten schaut, also wir haben über den Hundehalter jetzt schon mal gesprochen und auch, was da zum Teil schiefläuft, also was artgerecht eigentlich heißt und was manche offensichtlich nicht wissen, was artgerecht heißt. Auf der anderen Seite diejenigen, die spazieren gehen mit dem Fahrradfahren, joggen und vielleicht nicht so gute Erfahrung haben durch Begegnungen, die haben Angst. Die Frage ist, was kann vielleicht auch der Nicht-Hundebesitzer anders machen, denn wir erleben ja auch, dass Hundehalter einfach auch mal, nur weil sie einen Hund haben, relativ kräftig angepöbelt werden. Warum gehen Sie denn hier mit diesem Hund lang? Muss das unbedingt sein? Also braucht man auch noch für diejenigen, wie sollen die sich verhalten, die keinen Hund haben? Müssen beide Seiten zusammen lernen? Wir gehen alle zum Psychologen. Gleich ungefähr nach den Stadtgesprächen auf WDR 5 lade ich Sie alle ein. Ich glaube, das ist nicht die Lösung, aber die Frage ist es ja ein gemeinsames Problem. Wie kriegt man das einfach hin, Frau Sombecki? Ich glaube, wenn das so einfach wäre, ich glaube, dann würden wir alle nicht hier sitzen und diskutieren. Ich sage es immer, es ist wie in der Mathematik. Es gibt zwei Mengen, die Hundehalter und die Hunde-Nichthalter. Oder besser gesagt, die Nichthalter. Es ist schwierig, wirklich da eine Schnittmenge hinzubekommen. Und ich glaube, von beiden Seiten das, was ich zuvor auch schon gesagt habe, Respekt und Toleranz. Beiden Seiten gegenüber. Und auch manchmal, wenn man vielleicht angemeckert wird, vielleicht einfach sagen, 21, 22, 23, ich gehe vorbei. Und es gibt auch Menschen, die wollen einfach meckern. Da ist der Grund egal, ob ich diejenige bin, die mit dem Hund vorbeikommt, ob es das kleine Kind auf dem Fahrrad ist, was zu schnell fährt und dabei auch noch klingelt. Es gibt einfach auch Menschen, denen kann man es nicht recht machen. Sie sind hier angereist, um für Freilaufflächen in Paderborn zu kämpfen. Wie sieht es denn aus? Können Sie sich jetzt mit den Argumenten arrangieren? Es ist zufriedenstellend, dass wir einfach nur aufeinander achten müssen, miteinander gut umgehen müssen, keine Freilaufflächen brauchen? Also was Frau Sombicki schon zweimal gesagt hat, möchte ich nochmal wiederholen. Wenn beide Seiten mit Toleranz, mit Rücksichtnahme, mit Einfühlungsvermögen miteinander umgehen würden, dann hätten wir kein verbissenes Verhältnis. Und wenn diese Verbissenheit dazu führt, dass Giftköder ausgelegt werden, was Perfideres gibt es ja gar nicht, da frage ich mich schon, wo kommt so viel Hass her? Bei Einzelnen, bei wenigen. Und das, was Frau Sombicki gesagt hat, ist das andere Ende der Fahnenstange. Wenn das, was erzielt werden müsste, das mit Rücksichtnahme, mit Toleranz, auch mit Gleichmut und Geduld miteinander umgegangen würde, das wäre mir viel, viel wichtiger als Freilaufflächen. Nichtsdestotrotz. Aber das ist doch ein Wunsch. Die Realität sieht doch anders aus. Das Miteinander ist doch nicht so freundlich. Brauchen wir jetzt Freilaufflächen in Paderborn? Sind Sie jetzt weitergekommen in der Diskussion? Nee, sind wir eigentlich nicht. Wir brauchen Sie. Natürlich brauchen wir Sie. Aber trotzdem dürfen wir auf dieser anderen Ebene nicht aufhören, für Toleranz und Rücksichtnahme zu bewerben. Wie ist Ihr Gefühl, wenn Sie heute Abend nach Hause gehen? Mein Gefühl ist, dass ich Frau Sombicki zustimmen möchte, weil ich das auch immer erlebe, wenn man offen und freundlich, ob Hundebesitzer oder kein Hundebesitzer, aufeinander zugeht. Das können auch zwei Leute, die keine Hundebesitzer sein. Aufeinander zugeht, ein Auge für den anderen hat. Ein Herz für den anderen hat und ein freundliches Lächeln für den anderen hat, dann ist alles viel leichter. Und wenn wir das als Hunde und Nicht-Hundebesitzer miteinander auch machen, dann klappt das. Nichtsdestotrotz könnte man trotzdem Auslaufflächen gebrauchen. So, also ich bin der Meinung, man sollte mal mehr an die Politik appellieren. Für eine bürgerfreundliche Stadt wie Paderborn gehört eigentlich auch eine Hundefreilauffläche einfach dazu. Man muss auch an die Menschen denken, die nicht so weit laufen können, die auch nicht so in die Außengegenden spazieren gehen können, an Ältere. Und ich denke, da wäre das auch ein sozialer Aspekt und auch bürgerfreundlich, wenn man in Stadtnähe eine Freilaufläche für Hunde hätte. Und Hunde, die frei laufen mit ihren Besitzern auf einer Wiese, die erziehen sich sogar selber zur Sauberkeit. Und dadurch kann auch vielleicht so mancher Hundehalter lernen, sein Häufchen wegzumachen. Er wird darauf hingewiesen und macht das auch kritiklos, weil er ja weiß, da bin ich unter Hundehaltern. Und so lernt er auch, vielleicht beim nächsten Mal, wenn sein Hund irgendwo hinmacht, das Tütchen zu nehmen und aufzuheben. Mit welchem Gefühl verlassen Sie heute das Paderborner Rathaus? Ob sich da jetzt wirklich was daran ändert, das weiß ich nicht. Aber ich möchte gerne eine Frage an alle Hundehalter hier stellen. Man hat eben mal so ein bisschen rausgehört, die sagen dann, ja, mit dem Hund, man wartet dann, bis der draußen im Grün ist und dann kann er sein Geschäft machen. Jetzt denken Sie mal drüber nach. Der Hund macht da auf eine Wiese, Sie denken, ja, ja, ist Grünland, sieht sowieso keiner. Das Gras wird gemäht, wird einsiliert, die Kuh frisst das Gras. Die Kuh landet beim Schlachter auf ihrem Tisch und dann denken Sie mal drüber nach. Das könnte vielleicht, die Kuh hat die Hundescheiß von meinem Hund gefressen und das wollen Sie noch essen? Ich wollte eigentlich ganz gerne nochmal zu den Freilaufflächen kommen. Ich habe im Moment einen Welpen und ich hoffe und ich glaube, ich habe mich bisher ganz gut über meine Hunderasse und auch informiert. Und ich möchte auch irgendwann die Hundebegleitprüfung machen. Das Problem ist, wenn man einen Welpen hat, der Hund muss sozialisiert werden. Jetzt habe ich aber das Problem, ich gehe jetzt mit meinem Welpen raus und ich möchte dahin, wo ganz, ganz viele Hunde sind. Und ich möchte den Hund natürlich auch freilaufen lassen, weil alleine kann ich den nicht sozialisieren. Das können Sie doch in der Hundeschule. Ja, da gehe ich auch hin, aber nur einmal die Woche und das ist vielleicht ein bisschen wenig. Was brauchen Sie? Ich brauche eine Freilauffläche. Wir fassen zusammen, Hundefreilauffläche wird ein Thema bleiben. Bianca Hemingway streitet eh dafür und wird sie vielleicht in Hasewinkel, 60 Kilometer von Paderborn entfernt, bald haben. In Paderborn, Herr Paus, Bürgermeister dieser Stadt, wird das aber ein Thema bleiben. Hubert Schäfer, Forstwirt und Jäger wird weiterhin gucken, dass er nach Möglichkeit nicht weiter Hundehalter bei sich im Revier findet, die ihre Hunde einfach laufen lassen und nicht im Griff haben. Und Simone Sombäcki von Tiere suchen ein Zuhause hat schon gesagt, es geht um ein gutes Miteinander, um Verständnis füreinander. Hundehalter müssen was lernen. Die Stadt, Herr Paus, muss was dafür tun, damit die Grundlage zum Lernen auch für die Hundehalter gut da ist. Und das Stichwort Freilauffläche haben wir heute Abend oft gehabt. Gucken wir, was daraus wird. Ich sage ganz herzlichen Dank den Gästen auf dem Podium für ihre Teilnahme und Diskussion. Dankeschön Ihnen, dass Sie heute Abend hier im Rathaus in Paderborn waren und Ihre Meinung zum Thema gesagt haben. Bester Freund oder Plagegeist, das haben wir diskutiert. Technik heute dieser Sendung Julia Jochum und Rainer Niese, Redaktion Solberg-Münstermann.